Nächstes Video, hallo Freunde! Ich bin der Erklärbär! Wie wurde neulich gesagt, meine Let's Plays werden wie vom Erklärbär. So was muss ich mir denn antun, ja? Wisst ihr Leute, so was... Das nagt dann an meinem... Oh, hier Regenerator. Ah, fehlt mir leider die Power dazu. Ah, Mann, dieser Dekaros geäußert, dass er die jetzt schon hat. Das ist lächerlich. Irgendwann habe ich jetzt schon die Verstärken hierher kommen, mach den da platt! Auf ihn! Ich mach mal eine Extinct-Torn hier hinten, die chillen hart, oder... Steuerung 2... Ich werd doch ganz... Hipplich! Mach, 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 mach! Ah! Sehr gut! Ich hab das Regenerator-Artefakt. Ich weiß nicht, ob ihr das Objekt schon kennt. Das ist ziemlich geil. Pass mal auf, was ich gleich passiert, die sind doch grad bestimmt ein paar Neckons gestorben, oder? Oder? Nicht? Echt? Ach, der ist... Ach, der ist... Was, der hat ja vorne schon seine... Maschinen-Grube? Ich glaub... Der hackt! Ja... Äh... Aber... Aber sowas vorne drauf, da... Äh... Ach, ich will auch irgendwas tun! Ach, ich will auch irgendwas tun! Tue ich, was mittelfristiges oder langfristiges ist, bau ich hier den Monolithen auf. Kann ich in Zukunft relativ schnell wieder neu starten. Hier und ihr... Ok, 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 verpisst euch! Verpisst euch, solange ihr könnt! Fünfer zurückziehen! Zwei hervorrücken! Nein, nein, nein! Nicht mein General! General Bergfrühli! Nein! Verfluchte Scheiße! Aber, ich konnte es behaupten... So... Mh... Mh... Necronaut von Kronos! Ja, bitte! Einmal! Zwar nicht fertig, bitte! So! Hier bauten wir hier den Aktivierungskirchen! Ah, da brauch ich ja noch mehr Energie, ey! Ach, was ist denn da los hier? Ach, was ist denn da los hier? Warum haben die denn so eine verfugte Reiche da? Ach, der hat eine Maschinenkunde oder sowas? So! So! Masch... Hier gestellte Maschinenkult vom Chaos ist zerstört! So! Und danach... Nein! Danach machst du Autoproduktion von... ...den Kollegen hier bitte! Ah, ich bin erwacht! So! Meine Fähigkeit ist auch gleich wieder am Stissel! Ah, ich brauche noch ein bisschen! Ah, sehr gute Chaosgeißel ist Geschichte! Ach so! Gleich, Digga! Gibt's To... Gibt's Auferstehung der Toten! Kommt da jetzt... Chaos Seibert oder... Was kommt da? Ah, schön! Ja, wenn du Verstärkung holst... Holst... Ja, schaut mal her! Jetzt stehen noch ein paar Necrons auf! Roboter! Doch nicht! Tot! So, Freundchen! Das Spiel kann ich mir zu zweit spielen! Das sag ich dir! Den muss ich jetzt wieder belegen! Als Steuerung Null! Okay! Ach, Scheiße, ey! Was ist denn da los? Du! Hier drauf! Also... Fünfer! Hier herkommen! Repariert das Scheißteil mal! Äh... Was ist das mit dem Aktivierungsfern? Ist der eigentlich mal irgendwann gebaut worden? Ne, ich hatte nicht genug Energie, glaub ich, ne? Nicht genug Daft! Okay, die kann ich vielleicht mal verbessern! Oh, ich hatte jetzt genug Energie! Sobald ich das Teil hier repariert krieg... Wenn ich es repariert krieg... Alter, ey! Okay! Sie sind nur noch Massensterben, ey! Du warst teuer! Du warst aus der blöden... Okay! Fünfer! Verpisst euch mal! Ja, ihr müsst hier hinten mal schnell... einen Aktivierungskern bauen! So! Schöner Versuch! Aber... nicht optimal gelaufen! Mhm! Ja! Guck mal! So schnell kann man das bauen! So! Einmal Neckolad dazwischen schieben! Wo ist das hier? Aha! Aha! Ah, von mir was! All das! Jetzt war's tausend Energie! Wollt ihr mich denn verarschen? Wollt ihr mich denn verarschen? Die wollen mich verarschen! Alter, es ist doch lächerlich! Wir kommen da direkt am Chaos geißeln! Sanfte Scheiße, ey! Alles was hier da ist! So, mal aufm Autobau! Du bist mal aufm Autobau! Also Autobau heißt einfach... Du brauchst nicht mehr automatisch irgendwelche Fluchten anhalten! Ja, mach mal den! Nein! Nein, nein, nein! Nicht bauen! Was soll der Scheiß hier? Aber hier haben wir auch so wenig Energie, ne? Ach, es werden alle tot, oder was? Boah ey, das macht ja jetzt nicht so viel Spaß Ich geb's dir zu Ah, schön Sehr gut Also heute will auch gar nichts klappen Ich sag mal wie es ist Ah, schön Chaos-Emilatoren Darf ich auch nicht fehlen Hä? Hab ich nicht irgendwann mal so'n Necronort gebraucht? Achso, der ist doch hinten War ich direkt weg, oder was? Dann kenn ich den Kampf Äh, heute will auch gar nichts klappen Ja... Äh... Im Trial macht auch noch Scheiß Ich verstärk' das jetzt hier, ey Kein Bock, der rennt mich gleich über den Haufen, ey Groftsminne Parabenschwarm Was ist denn da los? Die Augen dann erholen Äh, für die Limits Raumwaffen wär auch cool Baustörer-Ban Pfff Äh, wer sie findet, darf sie behalten Ja, was soll's, einmal noch, komm Einmal noch! Meine Energydrinks Das Vertrauen sind schon wieder leer Das war ein Ärger Übrigens, ich, äh, nehme es jetzt noch Neunertag auf Ich glaube, ich stelle es aber erst am Freitag rein, Freunde Und, äh, morgen Beginnt Die Laden Da wird's einige geile Aufnahmen geben Am Wochenende Werde ich wahrscheinlich Dass wir nichts hochladen können Ähm Ist halt leider so, ja Ähm Nimmt's nicht zu schwer Aber dafür werde ich, denke ich, so Sonntagabend vielleicht Und am Montag kann ich ganz viel hochladen Denk ich mal Wird sicher cool Freu mich schon drauf Also die Laden wäre super Letztes Jahr Was ist denn das, ey? Der weiß halt auch sofort, wie ich bin Also sowas nervt mich alles, ja Wenn die KI halt cheatet, ja Das ist wirklich Das nervt mich Ungemein Ja, und du Versuchst mir jetzt mal Plasma-Generatoren zu bauen Wenn's denn geht Ah ja Alter Ach, sowas nervt mich einfach nur Aber Ich hab nichts dagegen zu verlieren Aber wenn er direkt Scout hat oder instant weiß Ja, tschüss Wo ich bin Weil er Ich halt eh cheatet Das macht mir keinen Spaß Mann Nicht verdient Zug beenden Ja gut, legt mich nicht nur meinen Orks an Ach so, wenn man vielleicht weiß, hätte ich die Leib gerade von ihnen Also entweder bin ich schlecht geworden Was gut sein kann Wo die Necrons sind einfach am Anfang nicht so gut Oder ich weiß auch nicht Ich würde mal behaupten Die Necrons sind einfach am Anfang zu schwach Sehr geil Also was brauche ich Ich brauche nur ein bisschen Energie Die kann ich direkt zwischen Alles klar Dingerns hier verbessern Du bist dabei So, ihr seid zu fünft Dich upgraden Dich upgraden Äh Gut Mit DND So, du kannst schon mal Direkt Leichen sammeln Jetzt geht's hin nach vorn Vorwärts immer Rückwärts Nimmer Super Voll ausgebaut Voll ausgebaut So muss es So muss es sein Und ihr Baut mir hier mal Ein paar Desente Gratortürme Für den Ernstfall Da haben die jetzt etwas zu tun So Ah, okay Kann nicht mehr gebaut werden Gut Und du Machst mal Autobau Also automatischen Bauen Von Necrons kriegen wir ihn hier hin So Wo ist das komische Hier Hardcore High Heave Die ich baue ich mal auf So Regeneration Ja 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 Nochmal Ah, nur nicht genug für extra Strom Alles klar Scheiße ist es auch drauf Ja Ah, warte mal Haha Ich hab doch hier zwei Monolithen Wenn mich nicht alles täuscht Jupp Sehr gut Dürfen die hier beide produzieren Brauchst du die jetzt auch Du produzierst sie Und du produzierst sie Sehr gut Das ist auch mal Das ist auch mal Eine feine Sache Hihi Wobei ich dich danach jetzt schon wieder aktiviere Gut Dann entscheiden wir euch mal Du bist Auf Kontrollgruppe 9 Du bist auf Kontrollgruppe 10 Oh